Die sind Tabakpflanze hier, oder? Endlich! Jetzt kann ich mal... Endlich... Nee, äh, nicht mit der Blüte, sondern mit den Blättern. Jetzt müssen wir zwei haben hier. Warte mal, mit der Asche ging das doch, glaube ich, auch, oder? Ja, Asche verbrannt. Einfach mal eins machen. Okay, passen wir nicht so mal hin. Halb zur Bild! Oh! Ich habe nur eine Blüte auf. Die brauche ich auch nicht. Ja, drücken wir zum Thema. Wir suchen etwas. Wir drücken zum Lager. Ruhigbare Musik. So. Was machst du hier? Schade. Schon cool. Ähm, gekocht. Das kann ich nicht hier reinmachen. Warum ist so ein bisschen Fleisch eigentlich so schwer? Schade. Also... Daных... Schade. Die Kröte war fast ein Kilo schwer. Eine kleine Kröte. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht im Dschungel, es hat zugemacht, so ähm, ja, müsste eigentlich so in die Richtung. So da in die Richtung, da kommen wir gerade, also irgendwas fehlt da, irgendwas muss da sein. Man kommt auch nirgendwo hoch, oder so, das ist ein bisschen, was mich stört, tatsächlich. Nisch, nisch. Nisch, nisch, nisch. Nisch, 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 nisch. Nisch, 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 n Ich hab gar keinen Bock auf dich. Die alte Karte. Ich weiß es auch nicht. Ich geh jetzt mal zurück zu meinem Minilager. Ich bin immer wieder begeistert, dass ich es finde. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder begeistert. Ich bin immer wieder begeistert. Nein, es gibt mehrere Karten. Ich muss erst mal suchen. Ich bin immer wieder begeistert. Oder kann es sein, dass er vielleicht... Es gab noch einen Weg hier rüber zu dieser Karte. Nun weiß ich aber nicht, ob das damit zu tun hat. Aber... Weiß ich nicht. Wenn man die vielleicht irgendwo holen muss. Ob man erst hier runter geht. Ja, wir gehen mal zum Boot. Ich bin jetzt circa... Hier oben, ne? Genau. Ja, okay. Jetzt mal kurz hier essen. Das ist ja noch nicht. Nur einen Tag beim Topflüsenkuchen. Essen. Ähm... Wasser und Fett. Aber gut. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt... Das geht sowieso gleich aus. Upp. Na? Egal. Ja, doch. Ich pende mal ne Runde. Dass es wie so hell ist. Da 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 da. Da 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 da. im camp camp da haben weitergemacht ich verstehe nicht warum der andere die karte schon hat das alles ein bisschen ich habe nicht nur verband 10 oder so insgesamt da gehen wir zum dorf dann speichern wird da ab die gehen wir uns noch ein bisschen fett um so bett gut das ist doch ja auch mal und Red Bull beleidigt Parallels von mitnehmen und ist zum Knochen habe ich vielleicht nicht verloren ja die sind auch mit aus dem Menschen so diese karte einmal gelesen schon wieder im kopf tun ich glaube ein ding ist ja nicht so ein boden runter ist erst mal alles wieder hübsch machen und dann speichern aber ohne den lasten eigentlich müsste er doch verdammt viele narben haben oder so die sind sauber die verfallen nach dem tag die nach fünf stunden so begleich nicht ins wasser wenn er vermutlich nichts passieren wird aber ich glaube die brauchen eigentlich nicht unterwegs aber die bienkönigin dann behalten wir sie ja ich glaube die brauche ich nicht aber ich war so zu spüren ob sie die jahren ja mal schauen 100 prozent 36 also einen möchte ich wenigstens aufreden kohle trockenes blatt kann man immer gebrauchen also die essens haben sogar noch schmerzmittel ja wie cool 0 10 stück ja so schön ich sag's dir jetzt mal trinken über alles schüttelten kanzer dann machen wir wir haben mich noch so schöne fette war erst noch honig kann ich hab's nicht abgemacht das stimmt allerdings ja noch mal gleich mal ein bienenstock wir setzen ihn einfach mal ich würde sagen hier so hin am besten vorerst naja stock wo man schon bei den stoffen starten ok ich brauche dich brauche ich so seine ich habe euch nur drehen aber das zusammen ist so gefühlt da kommt mehr raus als nur lehm ziegelstein ja guck mal so noch zwei glaube ich also ziegelstein ok was jetzt benutzen so und jetzt müssen theoretisch die hier so einfach ist das sehr cool ja haben wir jetzt ein äh essen sie will nicht essen die schmeckt nicht immer so zum boot runter dann schauen wir ob da irgendwas zu machen ist piranha und knopfzünder und hier ja ist klar ja 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 ich weiß aber die machen auch zwei parasiten direkt weg da ja 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 ich meine noch mal doch eigentlich dann auch wieder nachwachsen oder theoretisch oder generell die früchte nicht nachwachsen die machen mich auch zwei parasiten weg ok das ja ein bisschen wasser ich glaube knochen brauche ich jetzt nicht unbedingt so so wer hat hunger ich gebe gerne lang gusta aus in diesem fall ist es ja kostenlos mitnehmen was passiert doch selbst ureinwohner so hier rauskommt hier heute ich da aber diesen denn überall solche dinge hast du auch schreien aufgehört so und muss das boot glaube ich sein da vorne und eigentlich muss auch da auch eine base was kein schlafplatz zum schlafen zum speichern genommen lebensleit fahren aber hier ist nichts deswegen haben wir nicht aber die antenne von dem da hinten schlafen bis zwei uhr zwanzig so unangenehm cool 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 Wir brauchen eine Karte und eine Antenne, um eine Antenne heil zu machen, aber der Ort, von dem wir wissen, dass es eigentlich da sein müsste, ja, da ist es nicht. Also, muss irgendwas am Spiel sein oder sowas, I guess. Aber ich weiß nicht was. Keine Ahnung, ich muss mich nicht erstellen. Languste! Könnte ich auch so essen. Hm. Ich würde es auch nicht unbedingt speichern, unbedingt, glaube ich, dass wir ihn ganz wieder zurück müssen. Ich sterbe, sterbe ich halt, baue ich eben zu Hause auf. Müssen wir aufpassen jetzt. Krokodile! Die sind sehr lästig. genauso wie Piranhas. Die sind auch so lästig. So. Hier ein Lagerfeuer machen. Bei Regen. Also, absolut nicht nervös. Krokodile gab und wo nicht. Was ist, ob ich nicht rüberspringen, Summer? Sag, weißes Kokodil, wie er da ist. Das wird, glaube ich, blöd. Das wird, glaube ich, blöd. Dieser Krampfakt, darunter zu tauchen, das war ja auch so schwierig. alles weg. Jetzt sollen wir mal gucken. Das ist alles weg. Ja, komisch aber, sag ich noch eine Karte. Ich könnte eine mal auswählen oder so. Das ist ja quasi eine Friere. Löder. War gut denn, ist echt ein Kaumgefall? Hm? Stein? ach so, dann muss man ja... eine Axt ist ja... Ah, jetzt weiß ich warum ich die Axt verschmeißen will. Ach so eine Stein-Axt. Langweilig. Brauchen wir nicht. Sehr creepy. Hebe ich zu. Okay, dann... einfach mal hier so... reinschwimmen. Ich kann ja auch nicht mehr rein, oder? Bin ich jetzt so böse? Oh, das ist gut. Ich kann ja... Da, in so einem Inneren des Bootes, das kleine schnurkelige Schlauchboot hier. Nein, den will ich doch gar nicht mitnehmen, mein Gott. Das ist viel zu schwer. Ein bisschen Knochen. Noch mal Knochen. Okay. Ach, hier gab es doch nur die Kiste. Oh Gott, kann denn da ein Dings rein? Oh Gott. Roselig. Zum Abnippeln hier. Rück dich mal. Ist gut. Ah, hier war es. Okay. Warte, muss ich nur die Kiste. ? So.